So, kommen wir rüber. Lass dich frosten. Hey Kree, schieß. Hey Kree! Naja, lieber nicht die teuren Pfeile müssen zu kaufen. Aua! Aua! Darf ich bitte? Froste wieder. Bitte froste wieder. Hey Kree, er ist nicht gefrostet. Jetzt ist er gefrostet. Nein! Wir haben noch einen billigen Pfeil. Danach müssen wir die Teuerung benutzen. Au! Aus von Hunter-Eros. Okay, gut. Pack hol. Jetzt haben wir nur noch die guten Pfeile und drei Brandpfeile. ... ... ... ... ... Wieso? Hast du ihn gekühlt? Hast du ihn gekühlt, du dummes Flittchen? Der sollte doch verbrennen. Ich habe es. Ich werde diese Maschine verbrechen. Wie? Schlägst du jetzt vor, dass wir den Tod kriegen, Ikri? Das ist meine. Du schießt die ganze Zeit nicht auf die Maschinen. Aber das eine Mal, wo du Pause machen sollst, bringt es so einen Unsinn. Meinst du, das macht Schaden? Meinst du wirklich, du machst irgendeine Form von Schaden damit? Denn das ist das Einzige, worauf wir gerade setzen können. Ansonsten muss ich jetzt nämlich meine Pfeile verschwenden, um den Tod zu kriegen. Verschließen wir unsere Pfeile. Ach, toll. Wir haben noch zwei Pfeile, drei Pfeile übrig, das wird nicht funktionieren damit. Feuerbrüllrücken. Wenn der... Wir haben nicht nur Feuerkraft dafür, den zu sprengen. Hey, Brüllrücken. Können wir vom Spiel schon neu starten? Ist sicher. Vielleicht... Vielleicht haben wir irgendwo gleich eine Sache, die wir benutzen können, um... Da haben wir, Tatsache. Ich bringe dich runter. Der muss aber schon tiefgekühlt sein dafür. Nein. Hey, Kree. Du musst ihn wieder tiefkühlen. Das ist gut, dann will ich ihn haben. Gut, komm mit. Komm mit, du bist der Stütz. Komm, stühle mir hinterher. Nicht mit einem Feuerball. Beweg dich, du nutzloses... Da wollte ich dich haben. Da wollte ich dich haben. Wir haben es geschafft. Wir haben es sicher gemacht. Gut. Ich schlage ein Kree dafür zusammen. Hier. Du hast es gewonnen. Wer hat dich geholfen? Deine Mutter? Äh? Belohnung? Nichts. Ah doch. Sieht sehr Nora. Ich kann ihn fast vorstellen. Stout wie ein Tee. Und du? Ich selbst. Ich wusste nie meine Eltern. Es ist ein Sagen. Ein Kind bedeutet, zu wenig Handeln mit zu schützen. Das Challenge war ihr Gift für mich. Huch! Okay. Na dann mal. Absolut nicht. Ich verstehe warum. Du bist nicht auf unserem Level, Ikri. Du bist weit davon entfernt. Wir gehen den Blauglanz sammeln. Auf unserem Level... ...da befasst man sich stattdessen damit, einfach Sachen zu suchen. Irgendwelche Kristalle. Irgendwelchen blauen Urin-Gestein aus dem Gebiet zu kratzen. Ikri kann sich nicht mit uns messen. Glücklicherweise allerdings... ...waren die Baumstämme da. Teilende Talröte. Wir müssen unsere Kräuter da schon wieder füllen. Wir müssen gleich wieder mit... Wir müssen noch mit vier weiteren Feuerklauen kämpfen. Und wir wissen, dass die Dinger es durchaus in sich haben. Ja, okay. Das ist der richtige Weg. Aus Eisraure Wurzeln erstmal speichern und weiter rennen. Ja, bitte tu das. Wir brauchen was Zeug. Das mit. Denn sobald wir uns dann mit Feuerklauen befassen... ...die Dinger verstehen keinen Spaß. Wir haben noch zwei... Moment mal, heißt es... ...an einer Stelle müssen wir mit zwei Stück kämpfen. An zwei Stellen müssen wir mit zwei Stück kämpfen. Aha. Na gut. Zwei zu bekämpfen. Es wird ja nicht zu viel Aufwand sein, verglichen und mit einer zu bekämpfen. Was kann schon schief gehen? Wir müssen die Bondage-Seile bereit machen. Eil dich, Aloy. Eil dich. Ah, Blauglanz. Reinholz haben wir uns schon auch schon ganz gut was verbrannt. Drüge. Oder Frozen-Maschine-Fluid. Genau. Sag ich doch. Blau-Urin-Stein. Okay. Ich hätte es erwartet, dass wir aus dem Bildschirm rauskommen, einfach in den Tod stürzen. Würdest du die Kräuter mitnehmen, die wir brauchen, um uns am Leben zu halten, wenn wir gleich zusammengeschlagen werden von einem riesengroßen Feuerbären? von Knut in Wütend. In dem Gebiet waren wir lustigerweise nicht aktiv. Wie ist das überhaupt möglich? Speichern. Hallo, Händler-Mann. Oh, nein. An einer Stelle sind es zwei. Die anderen Stellen sind nur eins. Na gut. Gut genug, würde ich schätzen. Da ist frischer Salbei. Das ist, was ich gesucht hatte. Reinholz nehmen wir in größeren Mengen mit. Ach, wirklich Spiel. 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 Was soll das? Was soll das? Warum bist du heute wieder so, wie du bist? Warum kann es nicht normal sein? Wir sind einen Meter gelaufen. Du musst nicht die ganze Map nachladen. Manchmal reicht Diplomatie, um mit dem Maschinengeist fertig zu werden. Gut, unsere Kreuzetaschen sind voll. Wir sollten gegen den großen, wütenden Winnie-Pooh, gegen den Wutbären, die richtigen Waffen bereit machen. Wir haben festgestellt, unsere Eisschleuder bringt gar nichts. Ich will das ungern tun. Aber gut. Es ist wahrscheinlich der beste Weg. Festbinden sehe ich auch nicht passieren. Maschinenareal für Stürmer. Ich benutze den Eiswerfer ungerne. Er kostet so viel von dem Eiszeug. Aber es ist die einzig effektive Option. Feuerschutztrank wird bereit gemacht. Und hier hinten haben wir gleich... Da ist er. Da ist er. Zwei Stück. Das ist eine normale Feuerklau und das ist eine dämonische. Interessant. Der ist wahrscheinlich weniger... Der ist wahrscheinlich weniger resistent gegen Eis. Vielleicht kann unser Eisbogen das dann regeln. Oh, der ist ein Fräber. Altertack! Nope! Frierein, du bist Vieh. Der ist dämonisch, deswegen ist er schwächer. Deswegen will ich ihn sofort loswerden. Pitharatack! Und nur weil er schwächer ist, heißt das nicht, dass er schwach ist. Das heißt nur, dass er nicht ganz so... Nicht ganz so schrecklich ist. Aua! Aua! Prügel mich auf den Ladebildschirmreit und ein bisschen stört. Nope! Nope! Den haben wir geschwächt. Aua! Er brennt zumindest. Trank! Verkohl, du Miststück! Altertack ist sehr gut, an die Leute einzufrieren. Klebebombe! Trank! Trank! Weit mal ein neues Feuer zu trinken. Oder neuen Feuerschutz. Trank! Trank! Nein! Feuerschutz! Das ist der Wütende, das ist der reguläre Wutbär. Danke, Baum. Dein Opfer wird nicht vergessen, Pär. Da wollte ich gerade schießen, da kann... Spammt doch noch mehr! Hört auf die Lover ins Gesicht! Hört auf, die Lover zu yeeten! Oh, du bist ein Miststück! Was ist falsch mit euch? Monoskill-User! Ihr seid Monoskill-User! Den haben wir ganz nicht fokussiert. Der sollte bald sterben. Kluges Miststück. Wie? Um alles in der Welt schaffe ich es wortwörtlich, immer an den vorbeizuschießen. Gehst du! In Flammen auf! Nein! Stein! Steinchen! Komm zurück, Steinchen! Genau, Attack! Frier sie ein! Mach das! Du hast keine Hit-Points! Okay! Oh! Lava-Boden! Der Boden ist Lava! Der Boden ist Lava! Lava! Lauf! Eloy! Eloy! Hauf! Um zu stackern! Die beiden sind nicht gut gelaunt. Oh! Alter! Wir weichen schon die ganze Zeit aus. Ich meine, wir kommen jetzt schon nicht zum Angreifen. Mehr Hit-Points. Ich meine, wir kommen jetzt zum Angreifen. Okay. Der ist der Große! Au! Oh nein! Nein! Ich habe einen Trank getrunken, den ich nicht hätte trinken sollen. Das müssen wir nochmal machen. Oh Gott, ich hasse die Viecher. Durchgehend ohne Unterlass am Angreifen. Wir brauchen die Bondage-Seile und müssen einen immer wortwörtlich in Time-Out setzen. Hi, Attack!